Hattest du was nützliches? Muskeln! 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 Also ich könnte mit Skara- äh mit Hol könnte ich Durchbruch machen, wenn wir das Rehaunch machen. Skara-Hol. Und Rentara. Rentara. Das klingt cool, Rentara. Skara-Hol. Coolborn. Coolborn. Dragonborn! Fußroter! Hast du eine Mischung aus Stampharos? Stampharos? Stampharos. Ähm. Psy... Psymant. Psymant. Erdbebe. Nasselig. Aaaaaah! Okay, nicht so schlimm. VIVIVI, für Fluvi Senior. VIVI Senior. VIVIVI. Ich bin eher für VIVI Senior. VIVI Junior. Senior, Senior, Junior. Was gibt es noch? Shadow und Entei? Shentei. Und Kizuna und Megaliel. Megzuna. Kezaniel. 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 Entschuldigung, Lasagne. Hey, ich würde noch... Kezaniel. Kezaniel. Es gab noch Maeg und Mogelbaum. Mogel-Aeg. Mogel-Aeg. Maegelbaum. 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 Ähm... Fabi und... Fabi und Vierende? Nein. Bloß, äh, hier links, ähm, Kema attacke man ja effektiv gegen, ähm, welche Pflanze. Deswegen hau ich immer eben um. Ähm, warte mal, was gab's noch? Ähm, Kerl und Traunfugil. Keifugil. Taunen. Was für'n Kale-Fugil wär's noch? Ähm... Ähm... Ich denke es noch Andy. Andy mit Ab-Sol. En-Sol. Oder... Abdi. Abdi. Abdi! Oder Statue Eis. Ja, super. Geil! Süß dir Gesicht aus. Schade. I don't give a fuck. Ähm... Wie war das denn noch? Was hat Fabi noch da? Fabi? Fabi hatte ein Veldra. Fabeldra? Fabeldra oder... Nibi. Nibi! Nibi! Ähm... Keks und Fniebel. Kniebel? Kniebel? Kniebel! Kniebel, Kniebel! Ähm... Sneeks! 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 Sneakers! Sneeks! Sneeks! Oh! Oh ne, erinnert mich das wieder. Oh, Sneeks! Sneeks! Nee! Was war so? Knieps! Erinnert mich halt irgendwann. Ich weiß es nicht, was ist meins. Ich find die Tür zu mir, wenn eigentlich fällt... Wieso? Knieps! 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 Nee! Knieps! Knieps! Ich weiß nicht mehr woran. Aber egal. Und... Andi und... Absol. Haben wir aber gerade... Ach, Andi und Mantax. Ähm... An Max? An Max und, äh... Mandi! 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 Das klingt voll gut! Mandi! Mandi! Mr. Mandi! Oh, schön! Ähm... Was gibt's denn noch? Ich geh grad alles mit Konfi durch! Ani und Suiku! Das soll nicht alle Konfi, aber... An... Anku! Anku! Oder... Sweenie! Sweenie? Ja! Sweenie! Ah... Sweenie! Äh... Fier! Da findet er so! Da findet er so! Ich hab das immer im Alderson heim gehört. Im Radio. Ich hab einfach kein Deutschkampus gehört. Auch alles. Weg sich so ein Scheiß wie Küsse kann man nicht ganz allein machen. Wie ist sie? Kann man nicht allein. Ja, viele brauchen halt alle. Und ich hab heute noch was nicht stehen. Und ich hab das nicht gesehen. Ich hab das nicht gesehen. Ich hab das nicht gesehen. Was ist das nicht so? Was ist das nicht so? Ich hab das nicht gesehen. Okay, dann geht's weiter. Und ich hab das nicht gesehen. Wow, ich habe das nicht gesehen. Das ist einfach nicht. Das ist einfach nicht. Was? Oh, here's my lover. So call me maybe. And all the other ones. Try to chase me. Oh, here's my lover. So call me maybe. Und jetzt mal wenn ihr das singt, dann müsst ihr diese Handbewegung machen, als hättet ihr Telefonhörer nach. Ja. Ich müsste erzählen. Auswendig kennen. Wofür denn darfst du? Weil ich vielleicht in der Schwanz singt. Vor den Leuten. Auf meinem Abschluss. Ich könnte kotzen. Ich könnte heulen, hätte besser gepasst. Ich könnte heulen. Ja, ist so geil. Ich könnte den GORILLA machen. Ma 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 ma- Welche weiße richtig? Doch der, oder? Doch der, oder? Oh, ich habe schon getan. Oh. Und hier ist keiner. Oh, wow. Oh. Das Lied ist so geil! Ich hab da so ne geile Night-Korrasion gefunden. Und wir blauen unsere Zuschauer mit diesem Kack voll! Das ist zum Kotzen! Ich-Zuna! Ich-Zuna! Hast du eine Karte vor uns? Sag's uns! Oder Call me maybe! Oder Opa und Gangnam Style, ne? Opa und Gangnam Style! Oh, die ist so... Ulti-Gragas Style! Oder Go Nintendo Style! Das haben wir gestern... Das haben die Spiel mit Mario Bros. gemacht! Die haben eine Million davon gemacht, das heißt Go Nintendo Style! Wenn sie immer so... Yo! 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 Go Nintendo Style! Hey! Shake your Wiimote! Go! Das ist so geil! Der geilste Scheiss ever! Das ist so cool! Ich liebe dieses Lied Opa und Gangnam Style! Ich kann das leider nicht so... Ich kann das leider nicht so voll tanzen! AHHHHH! Warum was in den ist du nicht um hier?! Du Scheissbiet! AHHHHH! UHHHH! Fuck! Das ist cool! Ähm... Ist schon mal ein bisschen... Kau mal, das andere ist Mordor. Mordor ist aber auch... Ich hab die Krizzuna mitgeimpeln. Dann muss ich gleich wieder nach Tara, nämlich die Kanada angreifen, weil wegen Dings. Die werden aber auch mal stärker, die Viecher, ey. Das ist gerade hier! SWEG! Alter, der Mundkrass! SWEG! 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 Die SWEG! SWEG! Ich glaub SWEG! SWEG! Du warst die SWEG! Du warst der SWEG! SWEG! SWEG? SWEG! SPEK! Oh man, ich bin doch mal so fit am überlegen. Warum ist der auch nicht überlegen? Ich bin mit diesem... Diablo-Kack der.. Würdest du jetzt zum Geburtstag? Mmh, fach mir geil! Ich muss doch immer fast schon Weihnachtsmartag... Ja, wir freuen mich schon seit... ... seit... ... 2 Wochen freuen wir mich schon auf dem Weihnachtsmart. Was, echt?! Ja, ich will auch Weihnachtsmartn. Ich will Mais essen! Mais? Ich suche Mais! Ich würd mir da ein paar Kekse kaufen. Ich will mit dir in meinem Schatzmeiß essen. Es ist sehr gut, ich will noch in Weihnachtsmann. Und ich... Wird bedeckt denn, dass die dann glaube ich den trinken? Darf ich? Ich glaube schon. Ich glaube. Ich bin mir aber nicht sicher. Wenn nicht, dann kommst du mir trotzdem. Ey, du weißt, dass ich da für den Knast kommen kann, ne? Weiß ja keiner. Ihr könnt ja auch mir in den Knast kommen. Das habt ihr nicht gehört, Kinder. Eigentlich hast du ja das Kind hier. Stuhl! Ich will mich besser artikulieren als du. Ja, ich. Ich bin voll die Grotte in Schule. Voll die Grotte in Schule? Ja. Die Sprotte. Ich will die Sprode in der Dose. Die Sprode. Die Sprode krabbeln. Boah, ich hab... Das wird hier so ein Kampf, der ewig dauert, weil ich nicht die Grotte in der Dose mache. Für mich. Nur noch die richtigen Lose in der Dose. Oh, du schickst dich erstmal. Oh, du hörst mich mal. Oh, du hörst mich mal. Nur Homo. Nur Homo. Nur Homo. Ähm... Snuffos! Hey, I just snucked you. Thank you. Ah, jetzt schon. Hallo, ich... Ich... Das ist meine Hand. Du liebst nach Zwiebeln. Mein Finger riecht nach Vanille Pudding. Oh, wie schnell. Oh, das ist lecker. Erst bitte nicht du selber. Ich hatte schon mal den Traum, dass ich auf so Nähe Pudding wäre. Da hab ich mich selber gegessen. Da war ich aber auch klein. Die Krammung. Nein, du... Fuck Vieh! Oh, ich hasse Schmalmoss. Schmalmoss ist so uncool. Schmalmoss. Es gibt ja eine Schmalmoss. 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 Los, Shadow. Los, Dogmit! Waaauaauauuuu Was? ...Dockmit? Lass uns Dogmit! Los, Dogmit! Dogmit! Ich sag mal, es ist Dogmit! Doch, das ist doch nut! Doch, das ist doch nut! Doch, ist jetzt ein... Ist die Zusammenschluss von Doktor Beat! Oh, ich habe doch doch... Doch, ich habe doch... Doch, mit! George, schau mich auf! King Jarvan, I see. Ich habe eine Zutewierung gekriegt. Flammboff! Donnerbitz! Yeah! Wir tröten dich so! Die in der Schule haben mich letzte Folge Ärger. Warum? Die haben gesagt, ich habe einen Bart. Du hast keinen Bart! Ich habe nur durchs Herz gewinnt, aber trotzdem, weil ich das hieße. Wir haben einen Bart, Alter. Tja, mein Freund hat einen Bart! Stimmt schon! Für einen Zwerg bist du ganz schön stark. Danke. Das nehme ich jetzt persönlich. Spend mir ein. Ich habe René fast bei Prügel. Wen? René. Warum? Weil er mir voll auf die Nerven ging. Ich war richtig schlecht drauf, weil ich eine 4 in Englisch hatte. Oh. Ja. Und ich war richtig mies drauf, weil alle anderen alle anderen haben eine 3 geschrieben und eine 2 oder keine Ahnung was. Und ich bin hier voll der Noob und habe eine 4. Okay, ich glaube auch 1, 2, 5 oder so. Aber trotzdem. Keine Ahnung. Verdammt nochmal! Wo sind nur die CD-ROM mit den Daten? Wie sollen wir denn bitte Krypto-Pokémon machen, wenn wir keine Krypto-Daten haben? Was? Wann seid ihr hier aufgetaubt? Hä? Ihr seid doch die beiden, die damals im Fehlernag im Bürgermeisterhaus waren. Und die seitdem immer und überall die Pläne und Systeme Krypto zerstören. Ich meine, aber meine Pläne werdet ihr nicht vereiteln. Ja. Und ich war nämlich schlecht drauf und René hat mich richtig Passt doch aus. Und René hat mich richtig provoziert. Und ähm, keine Ahnung. Und dann war ich richtig sauer. Erst habe ich ihn voll im Magen gepokst. Dann hat mich Ernie Also Nico Nummer 2. Ja, ich nenn ihn Ernie, weil ich die beiden mit Magen das nenne. Dann hat Ernie gesagt, ja, ich habe Ernie zu Nico gesagt, er soll mich mal in den Schacht kriegen, weil ich gehe voll außer Kontrolle, hatte aber dazu noch gelacht. Und dann habe ich einen Karate-Schlag im Magen gekämmt und dann... René hat mich dann noch geschubst und dann habe ich René ihn mir an den Haaren gepackt und dann habe ich ihn... und dann habe ich ihn ins Gesicht geschlagen. Joa. Alles klar. Und dann meinte Nico, ich wäre stärker als René, ich bin volles Mannswerk. Aber ja, das tut. Auch nicht schlecht. Ja, und wenn Nana jetzt gerade uns so schön vor der Geschichte unterhalten hat, äh, hier ist das Igelava und das ist nämlich wieder eins unserer Like-Headshot-Mitglieder. Nämlich Mini! Ich bin auf 62. Auf 63. Du bist auf 62. Hast du... Habt ihr keine Moris? Kommst du das gerade an? Aha. 3,3,3. Donnerblitz! Zwaaah! Du waren mal... Biss, und du machst mal nochmal Donnerblitz. Was ist das für den Psycho? Ah, ich hab wieder gekratzt. Entschuldigung. Ich hab auch Pusse in der Wobe. Zu oft. Hey! Yeah! Stopp los! Los! Äppisches Kloppen! Yeah! Schrumm! Es entwickelt sich zurück zu Sliver. Ähm, ich hab noch ein bisschen überlegen. Was brauchen wir? Ich weiß nicht. Ähm. Pokémon. Auf Nanna. Du brauch mich. Nanna! Schrei dir zu Tord! Yeah! Nee, wegen Gift-Pokémon und Psycho ist gut gegen Gift-Pokémon. Psycho-Pokémon. Pick dich, Alter! Töte es bitte mal groin! Äh, töte mal groin! Komm! Kannst du nur wo du bist? Blubblubblub! Blubblubblub! Ach du Scheiße! Kapilz! Oh, ich mag Kapilz! Was? Was? Wer hat sie überknillt hier überhaupt gekriegt? Hab ich denn überknillt? Äh, egal. Aber, was? Äh, ja. Ich bin gleich grad für die Nachgeschrieben. Ähm, was mach ich jetzt? Das ist eben fällig hier. Wie sehr? Ja, ich weiß. Wir haben meistens recht. Ähm, falls ihr wissen wollt, was ich meine. Ähm, ich hab zu meiner Freundin Sabrina gesagt, dass ich in einer Stunde wieder da bin, weil wir Ewigen denn so lange aufnehmen wollten. Und sie hat gesagt, sie geht in der Zeit einkaufen und alles. Und jetzt ist sie wieder da und sie sagte, und sie sagt, immer noch nicht zurück! Du sagtest mir, dass du eine Hundertstunde brauchst und nicht zwei! Ja, ja, ich bin auf jeden Fall zurück. Und das auf Englisch? Ja. Weil wegen, sie kommt aus Kanada. Ja. Still not back? You say one hour or not two! Anyway, I'm back. Mhm. Ja, und der ist noch mit diesen Äh, ich meine. Und die und gleichzeitig. Ach ja, Kapilz ist ja ein Kampfpokémon. Ist ein Pilz? Ein Kampffpilz. Kampffpilz? Kampffpilz! Kampffpilz! Kampffpilz. Das so was so. ARGH! Was will dir sagen, ein Traum vom Aufstieg in die Führungsliege? Gar nichts! Du bist ein Loser! Zieh dir was anderes an. So. Hurra! So, jetzt kommen wir ja nach ganz oben. Tschüss. Ja, ich würd sagen, das war... Wie viele haben wir noch gehabt? Vier? Eins, zwei, drei, drei. Wo, drei? Oh. Egal. Aber drei sind schon mal nicht schlecht. Weil wir wollen ja erstmal alle fangen. Mit denen wollen wir die ja alle trainieren. Nicht wahr? Naja, wir befreien. Naja, du trainierst sie gleichzeitig, indem du sie befreist. So, warte mal. Dann würd ich sagen, speichern wir gleich in die Ecke. Oh, wir haben eine Nachricht. Werde das gedacht? Mensch, Mensch. Mates und Farodim. Fotos verschicken. Beides Orkos. Farodim, wusstest du, dass du mit dem PGA... Äh, wusstest du das schon? Mit dem PGA kann man nicht nur Mates, sondern auch Fotos empfangen. Zur Probe schicke ich dir mal ein Foto mit. Ich hoffe, es kommt auch gut bei dir an. Knitz! Süß. Ich will auch Fotos machen. Voll süß, ey. So können wir das nicht. Kann ich es nicht können. Ist ja wie so schlecht. Ich glaube, wir... Es gibt keine Fotos, die jemand anders interessant finden würde. Vor allem hier ein Foto. So. Denn, ist hier... Hier war doch auch eine Heilmaschine, oder? Nein, du wusstest. Fuck, ey. Ah, fahr mal nach Pyritus. Ich will mich heilen. Ich fühl mich nicht wohl, weil ich geheilt bin. Ich will... Yeah! Drei... 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 So ist deine Nachricht. Sie hätte das gedacht. Oli! Meine Liebe zu dir ist tiefer als die großen Blause. Keine Maschine! Ich bin's, Wad aus Orkos! Wad! In letzter Zeit etwa! Say Wad! Say Wad! 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 Nochmal! Ich bin's, Wad! Und nicht... What?! Sehr gut! Ich bin's! Ich bin's! Wad aus Orkos! In letzter Zeit läuft man auch oft, dass die Kreide die große Kreidmaschine repariert. Ich weiß nicht, was ich von dem Gerücht halten soll. Was denkst du? Vielleicht solltest du dir die Sache auf den Grund gehen, Farodin! Vielleicht! Vielleicht mach ich aber auch jetzt Urlaub! Mach Urlaub! Fick dich dann! Fuck you! Du kleine Wattböne! Du Bitch! Du kleine Birne! Du Wattböne! Du Wattböne! Ich geb nochmal 100 Geld aus! 100 Geld! 100 Puckel! Boah! Ich war Facebook! Wir reden... Wir nie vergessen nur noch die Artikel und so! Woll! Oder generell irgendwelche Wörter! Ich war bei Facebook online! Ich war Facebook! Er ist Deutscher, ne? Sein Deutsch ist so schlecht, als wird er gerade erst zwei Jahre in Deutschland lieb! Nicht so fassend, ey! Okay, aber ich würde sagen... Ich habe nochmal ein bisschen Respekt! 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 Ich würde mal sagen, wir machen jetzt auch erstmal Schluss für heute! Wir haben jetzt erstmal für die Erstaufnahme Session 3 gekrallt! Das ist eigentlich kein schlechter Session 3 gekrallt! So und... Ja! Dann würde ich sagen, wir machen das nächste Mal Reiter! Aber wir haben doch vier! Echt? Ja! Wie? Wieso habe ich denn nur drei abgehauen? Warte mal! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Wir haben Igelava, wir haben... äh... Granbol, Cramox und Tyrakrog! Ah ne, ich weiß jetzt nicht... Ich habe hier, ähm... Da hast du es nie aufgeschrieben! Grand Canyon! Come on! Und ich habe es falsch geschrieben, egal! Da haben wir abgehauen! Okay! Na ja, okay! Das war's dann erstmal für heute, liebe Leute! Wir waren's! Eure Freunde Tropfen! Und wir sehen uns das nächste Mal! Tschü tschü! Haut rein!